ARD Text im Auftrag von Funk Guten Morgen! Kalliostro? Ruf den Arzt! Kalliostro braucht Hilfe! Schnell! Gift? Das kann nicht sein. Ich fürchte, dass sie ihn bald wieder anträgen. Sie müssen ihm sagen, dass Kalliostro mehr Zeit braucht. Niemand hört auf einen Arzt, wenn ein Pferd eine Chance hat, einen Preis zu gewinnen. Ich dachte, das Triple ist vom Tisch. Das hat bis heute noch kein Pferd geschafft. Malin wird sie neben am Rennen teilnehmen lassen. Was? Das Triple. Nur darauf kommt es an. Bei dem sind nicht nur seine Haare, sondern auch sein Verstand ausgefallen. Aber das lasse ich nicht zu. Das verspreche ich dir. Ru ist nicht da. Sie ist weg. Wie weg? Wie viele Arten von weg gibt's denn? Ein Pferd und ein Mädchen lösen sich dann hier einfach in Luft auf. Ja, und wo ist sie? Lu? Was machst du denn hier? Wow. Das ist Kila. Die Königin der Wildpferde. Lu ist nicht in der Lage, die Verantwortung für so ein wertvolles Pferd zu übernehmen. Lu hat ihren Liebling in Sicherheit gebracht. Kalliostro, wo bist du? Wie konnte das passieren? Wir müssen sofort los. Ich will, dass sie zurückkommt. Umgehend. Wir müssen sein! Lu hinterher! Die ist Kila gefolgt! Kila! Keiner steht da rein. Wir müssen dich finden! Lu, du musst unweilig nach Hause kommen. Malingros geht ab wie ein Schnitzel. Kila! Oh mein Gott! Vertraue mir! Noch einmal! Hallo Charlie! Du kannst dich wirklich entspannen. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Du musst ее anfangen! Wenn der Windkraftgerät beiメentischen Telefon.